Lass rollen heißt das Ding ins Bummens. Nein, nein den will ich nicht, den will ich nicht, ich will endlich mal wieder für alle kaufen. Ja wo ist denn der Seb? Ja wo ist denn der Basi? Hast du für eine hässliche Maske auf? Was ist denn los alter? Warum ist das oben? Hä, ich finde Sepp gar nicht, ach doch hier. Alter was mit deinen Ohren passiert? Ja, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh Alwa Das hier für eh nie, Junge, Junge. Obst ändert ihr Arren, ne? Die sind so gestaltet, ich habe keine Ahnung. Na ja, wir starten mit der Fahne nicht. Ja, verdient. Ich starte hier drin. Hier drüben muss er noch mit dem Gruß-Symbol auf der Tür. Da sie. 25 26 oder so was das geht ja da das wird passiv was sie ist über mich drüber weg und ich bin explodiert auch mal da gibt es nicht da wo es in den dicken ab dem täglichen sommer er hat er noch verpasst da müssen wir mal wieder annäherungsminen aus holen Wumms Alter Oh, nur, ich check's mal verpasst, hab, man Hier lohnt sich für die Annäherungsmür. Oh, du Wichser, Junge Dämlich mal Romo Mach das alles nicht gut Nur weil du nicht fahren kannst, du Verpisst euch Alter 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 Was, wie sieht es in LaCrosse aus? Allerwenn hab ich so getroffen Ich glaub LaCrosse, damit könnte man auch viel Spaß haben Also als Team-Spiel-Training wäre Rain-Go-Six echt ein Fass Ich bin nicht so der Ballerspieltyp, ich kann das nicht Ich kann das auch nicht, macht was zum Spaß Ich kann das überhaupt nicht, ich bin so schlecht Jetzt verpasse ich wieder Checkpoint, obwohl ich schlecht fahre bin Ach, ich verarsche Oh, ich hab' auch verpasst Oh, ich auch seh' ich grade Scheiße Äh, der Scheppert schon wieder Ich hab' die Kekse Ich hab' auch verpasst Ich bin wieder weg. Ach, bist du daneben geschießt? Ah, ich habe auch gerade geschossen. Fuck. Ah ja, nur weil die am Ziel aussteigen, Alter. Ich brauche wieder gar keinen Bock. Komm, wir werden mit der Steuerung nicht klar. Nein, haben die nicht getan. Oh, ich bin Platz 20, Alter, was ist da los? Ach, ich 14. Höll. 16. Oh, Herr, dann muss ich dort rumstehen. Rums. Uff. Hey, du überholst ja welche, weißt du, dein Platz verändert sich nicht. Was ist denn das, Alter? Jetzt bin ich 17. Hey, Sepp. Oh, hi. Hab dir voll verpasst. Oh, hat der ein Mehl, Alter. Die Raketen sind schön links und rechts an ihm vorbei. Hahaha. Junge, Junge, Junge. Bin 13er. Nein, Checkpoint verpasst. Fuck. Nein. Alter, ich habe gerade ihn frontal gesprengt und der ist dann noch mit seinem Frack über mein Auto drüber weggeflogen. Ein Glück könnte er das nicht mit den Raketen. Oh, der Wichser, Mann. Das die Typen, die raussteigen, nicht einfach mal gekickt werden, Alter. Ja. So unnötig. Na klar. Hat mich wieder rausgeschossen. Schmeckt's? Mh. Mh. Willst du mich rollen? Alter. Oh. Ja, ich muss jetzt nur noch komplett zurückfahren. Weil der mir sagt, ich soll da ein Checkpoint verpasst haben. Ja, du kannst nur 3 gedrückt halten. Das Bronzer da hinten wieder. Ja, die Plätze hätte ich so oder so verloren. Wolfenstein, glaube ich, ist das. Nein. Oh. Ich verkack's. Wumms. Hihihi. Pasi, welchen Platz hast du? Pasi, welchen Platz hast du? Öpste. Wua. Na klar, du Heslon, Alter. Ich war gerade 13 da. Jo, ich bin weg. Jo, hau rein. Jo. Wir sehen uns. Ciao. Tschü. Jo, ciao. Alter. Ey, das ist doch nicht normal. Da brauchen die diese Rennen echt nicht beitreten, Alter. Ja. Ey, sag mal. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Boah. Nein, die schießt daneben. Fuck. Ach, na klar. Ach. Tschüss. Ey echt alter, das ist sowas von dumm, echt, das ist, ne. Wie kann der mich treffen wenn ich Schlängelinien fahre, alter? Oh na klar, aus der Kurve raus, Junge. Dämlichen Dreckskinder, alter, das ist echt nur dumme Kinder, Junge. Nur weil sie nix können. Fick dich alter, Ende des Renns ey, echt, es ist nicht mehr normal ey. Wie müsstest du echt den Schwanz abschneiden dafür? Ruhig dich. Ich hab den Start vermasselt, jetzt steig ich aus und fahre aus aller Art, weil ich nicht kann. So eine Kinder sind das alter. Und am besten sind die Eltern noch Hartzler. Freulich Hartzler, was ist sonst? Aber na gut, wenn ich da auf den dritten Platz gucke, da hat sich das echt nicht gelohnt. Nö. 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 Nöw. Nö. 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 Euro und seit manchen ausgebildet 111 ich nehm den er hat aber ich habe mich angekommen der Schöner noch geht herkürzt ja auch spaß das hat mir auch spaß gemacht ich will euch ich will euch ich will auch dazugehören und ich habe zwei also beide hast du zwei stücke ich habe immer mein grün und immer mein kron das wollte ich ja da wo ich den geholt habe ein angebot gewesen angebot ja muss man zuschlafen das gibt es bei mir nicht ich klatsche das war jetzt geht es jetzt mal los hier oder was junge 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 voll dippen ein tor hat schon so viel spieler ne ja eigentlich doch wo man schlaft ein bisschen da würde ich echt so gut manche steigen hier wieder aus wir müssen alle am start aussteigen sie machen keine alter was habe ich denn für einen fleck im gesicht weil ich aber auch warum ist denn dieses radio wird an also ich muss das unbedingt ausstellen das nervt mich so was von ab in dem spiel los los da ist es ich glaube ich habe mir hier einfach 500 mordfrontal auf mein fleckssicht was willst du denn jetzt da machst du nichts mit erinnern ich bin die musik selbst steht vor mir und quasi rechts neben mir auf ich habe das war gar nicht selbst das war gar nicht verwalten das war gar nicht selbst ne ich bin jetzt mal mit den grünen ach na ja eben sagt er den grünen alter hier ist alles am explodieren weil das jetzt im mord gelauf alle leute unterwäschten das war ein checkpoint verpasst aber ich hab's weh tut mir leid passiert hauptsache passiert alles andere sehr also immer noch keine gepanzerten reifen also bei reifen zubehör ach ich soll die waffe drin stecke los ja ich stehe hier wieder dumm rum du dämiger pisser 11 da ich kann dich durchdrehen was machst du da? ich hab versucht ja den typen da zu sehen hier ist es eigentlich scheiße ja welcher platz du bist was du bist? warm alter ich bin zweiter was macht denn der? ohhhh wichser na klar ach mann noch weil dieser homo zu doof ist zum fahren alter geil spawns dich in einem anderen auto eh jaa schieß mich doch einfach raus du hirnlappen mann dreckspisser sollten es echt bannen alter ach ne oder? ey pass ich das geschaut sag er in meine rakete rein ich hab den anderen gesehen warum hab ich denn? na klar warum hab ich zusammengeschossen warum steig ich aus alter mach gleich das gleiche ich war das das macht echt keinen spaß scheiße war niederlich ey alter hier steht auch eh nur rum ach das ist doch sowas von sinnlos alter ehrlich solch dämlichen kinderjunge achtung soll ich benehmen dir ja Junge 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 da hau ab man ach nicht mal mich treffen tut obwohl er bloß zwei mehr dahinter mir ist haha der Leon ist weg na klar alter na klar ey du bist voller geschwilligkeit na klar der fährt er wieder an dem checkpoint vorbei alter ich geh mir jetzt auf den Sack ich hör doch die Gefängel achsepp fliegt doch voll hoch ne komm ich hab doch keinen Bock also ich geh raus da mach mich gesperrt aber morgen hol ich mir ja auch achsepp schwimm bei dir oh oh na klar es stehen sie mit den Gatlin Gun alter ich hab mich nie hergeschossen ja klar der feld der feld die treppe runter und kommt sofort wieder hoch möchte also nicht da mach ich schon verlassen das ist nicht so dumm ich kämpfe noch durch da steigt mein Aggressionskriegel ist unermesslich und das möchte ich wenn GTA rennt ist ja aber dann ohne Aussteigen oder sonst so erwähnen kann ja das auf der Strecke hier total sinnlos das ist weil am besten war mal GTA Rennen mit Motorrädern Alter was ist denn hier ich steh'n an dem checkpoint einfach mal zwei Autos verquer dass du ja auch nicht vorbei kommst aber du kriegst trotzdem nicht hin mich rauszuschießen mit seiner hässlichen Gatlin Gun ums alter war er weg keine Panik keine Panik da bin ich wieder ach ist der auch wieder da einmal ach ist der auch wieder da einmal ist der auch wieder da einmal äh ja ja von mir scheppert schon wieder draußen vor dem Geräusch tut mir leid halt die Fresse werden wir zu heulen ja ich gebe es auf die Fresse naja vierden bin ich geworden ich mache ich mache du bist ein du in weise Armee ja ja weiter leeeeee komm mal sepp da waren die hier mal fertig oder was wird das jetzt hier ich bin der gerad ne in meinem hat so geklingelt Nö Prozent Prozent Aarabend an der Porten verlassen so richtig abholen ich habe keine Kürbungsmöglichkeiten